Herzlich willkommen zum zweiten Spiel der vierten Gaming Late Night. Herzlich willkommen zu Guns of Icarus. Wir haben hier nur leider kleine Probleme. Wir finden einfach nicht genügend Gegner und haben uns jetzt allesamt jeweils ein eigenes Schiff genommen. Wie das Ganze funktioniert, wissen einige von uns nicht. Wer da gerade so komisch lacht, ist glaube ich Lukas. Ja. Ich freue mich nur gerade. Lukas fällt erst mal von seinem Stuhl runter. Nee, nee. Mir wird erst mal schlecht, weil die Maus schon wieder so sensibel ist. Die Prozedur jetzt, Lukas, wäre eigentlich, du stellst nach und nach Leute vor. Achso, tschau dir oben. Genau, mit dabei natürlich der Lende16, der mich gerade so schön kritisiert hat und mir gesagt hat, was ich tun soll. Ich will nicht mal unterbrechen, aber Connection Attempt failed. So muss das. Mein Gott. Hier steht auch ein Schiff, was sich nicht bewegt. Also ich segel hier gerade los, das ist schön. Ja, ich auch. Sind wir im Team? Halt mal, ich guck mal. Ich bin blau. Ich bin auch blau. Irgendwer hat sogar noch einen zweiten mit dabei. Einen zweiten KI-Kollegen. Ich habe mehrere KI-Kollegen dabei. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, ich drehe mal um. The Even Row ist umgedreht, ich drehe auch um. Ja, ich bin erst mal hier am gucken, wo ich überhaupt am besten hin kann. Also ich vermute mal, die beiden Schiffe hier gehören noch zu mir dazu. Tja. Bitter, Nasrl, gell? Ja. Das war eine schöne Folge. Das war eine schöne Folge. The Even Row hat noch mehr weiß ich. Oh, wer schießt denn da? Oh ja, Tatsache. Weee, auf meinem Schiff. Das ist ja mal recht schlecht. Sorry. Ich kann auf Even Wows Schiff reinkommen. Was? Sehr gut. Ja, hopp. Wer schießt da? Wer schießt da? Das ist ja mal eine geile Net. Sieh auch wieder der Nebel des Todes, wo man nicht reinfliegen darf. Ich will es auch mal sehen. Haben wir jetzt überhaupt alle vorgestellt? Nee, haben wir immer noch nicht. Also der N16 ist auf jeden Fall mit dabei. So ziehe ich auch nichts. Ja, ich bin dabei und werde gerade hart abgeschossen. Das ist natürlich wieder der N16 dabei. Wahrscheinlich vom Drachenburschen. Ich bin fliegen. Oder vom... So Even Row. Nee, der Sof. Aber hier nicht. Den gleichen Trupp wie du, ne? Wer schießt? Nein, für dich nicht. Ja, 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 ja. So, wer ist noch mit dabei? Au, au, au. Wer noch mit dabei ist, der Soeven Row zum Beispiel. Ja, der Soeven Row ist noch mit dabei. Und wer noch? So, wen hatten wir denn noch? Ah, nein, oh mein Gott. Ja, jetzt versenken wir sie. Candy sowieso. Candy Best Mann an Bord. Nee, nicht an Bord, aber egal. Best Mann an Bord. Best Mann an Bord. Also, dann sage ich alle Sprachen mal einmal durch. Best Mann en Bordé. Das sind immer noch nicht alle vorgestellt, meines Wissens. Ach, Drachenbordel. Welches Schiff ist denn das? Ja. Ach ja, der Burschi ist ja auch da drin. Muss sich immer wieder von hinten nach vorne drängen, ne? Ja. So ist es. Ja, ich glaube, ihr müsst auf mich verzichten. Wessen Schiff ist das? Darf nicht. Wer schießt denn gerade? Der Arme, der Nasrall wird hier immer rausgeschmissen aus dem Spiel. Gemeine Sache. So, mein Schiff ist auch gleich kaputt. Sehr gut. Oder du bist im Gegnerteam. Hallo, wer ist das? Ja, tot. Das ist der Candyman wahrscheinlich. Wenn jemand antwortet. Also, wenn einer gewinnt, dann der Candy. Sehr gut. Ah, glaube ich nicht. Wir führen. Wir führen. Wow, bei mir jetzt. Wow, was war gerade los? Team Rot gewinnt. Team Drachenbursche. Ihr habt ja auch ein Schiff mehr, oder? Ja. Holy crap, holy crap, holy crap, holy crap. Ein Schiff weniger, dass ihr abschießen könnt. Auch gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn das nicht das Schiff vom Evenrow ist. Wieso ist hier eigentlich alles so grau und grau? You are holding the shifting spanner. Willst du hier schippern? Ich kann das nämlich nicht. Ich kann das auch nicht. Ja, gut. Oh Gott. Es ist kalt hier. Alle greifen mich an. Ja, ich hab's halt gerne kühl. Muss man sich gegenseitig wehren. Na komm her. Wer ihn mal sehen will, das ist der Evenrow. Ja, ich bin sexy, ne? Ja, schon ziemlich. Und wir haben sogar einen Kollegen hier. Sind das jetzt drei Gegner? Sind das jetzt drei Gegner, die mich angreifen? Wir haben nicht mehr was zu spotten hier. Ich bin ja leider auch Captain. Captain, mein Captain. Captain Igloo. Ja, der bin ich. Das ist mein Name. Nein, 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 nein. Oh, was hast du denn hier für eine schicke Kanone? Oh, oh. Jawoll. Das war's dann wohl mit mir. Evenrow links. Ich bin auf dem Weg. Oh, falscher Knopf. Oh mein Gott. Nicht runter links. Dragonfly killed Goldfisch. Das war aber der Candyman. Ich sagte bereits, ich kann das nicht, ne? Oh, nee, ey. Ja, das hast du gesagt. Hier ist der Drachenbursch, der Meisterflugkünstler hier. 2 zu 0 schon für die Kinder, was zur Hölle. Team Rot gewinnt natürlich wieder. Pferd, das kannst du deiner Mama erzählen. Äh. Evenrow? Das werde ich der ganzen Welt erzählen. Die Fahner sind so weit, Evenrow. Evenrow? Ich bin gerade an einem jungen Schiff, was da noch ankommt. Die fahren halt alle an uns vorbei. Nee, nee, die sind da links. Die sind nicht anders vorbei. Vielleicht für dich vorne, aber nicht auf der linken Seite. Mein Gott. Jawoll, jetzt schöne Frau. Jawoll, so geht das. So will ich voll drauf. Irgendwie spackt bei mir gerade. So, nochmal ein paar schöne. Wir spielen ein bisschen rum. Schöne Dinger vom... Jetzt der Flammenwerfer. Jetzt muss der Flammenwerfer kommen. Jawoll, da kommt der Flammenwurst. Drei Schiffe verfolgen uns, der Drachenodem ganz vorne. Ja. Ich sehe Drachenodem, habe ich anvisiert. Der Drachenodem. Oh, hier ist ziemlich viel Feuer am Deck. Spüre die Flammen des Drachenodems. Keine Chance hier. Halt die Backen da drüben. Mit drei Leuten kann das jeder. Höchst du da den Neid? Nein. Sicherlich nicht. Keine Chance hier. Ich versuche dir irgendwie zu helfen, aber... Ah, Feuer muss nachdenken. Jawoll. So, wer will jetzt fliegen? Ich versuch's mal. Ja. Keine Mühe mehr fliegen. Ich glaube, das wird besser. Okay, jetzt gehen alle drei auf mich. Kann nur besser werden. Du musst das Schiff noch spawnen. Ich fliege ja alleine. Ich habe auch nur KI hier mit dabei. Ja, und du hast deine beiden Teamkameraden an deinen Flanken. Aua. So. Sag mal, Wiener hast du uns eigentlich daran gespawnt. So, das Schiff. Alle drei Schiffe gehen noch nicht. Flammenwerfer, 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 Flammenwerfer. Alle drei Schiffe gehen noch nicht. Jetzt kommt der Flammenwerfer. Jawoll. Ich bin tot. Schöner Flammenwerfer. Hallo Drachil. Wir sind hier alle vor uns. Hallo. Ich sitze hinten auf meinem Flügel. Schön. Ja. Ich sehe dich. Das ist gut. Ich schaue dich an. An Bord. Diese Dinger von da oben, die sind auch gefährlich. Wie auch immer, die gerade schießt auf unsere Gegner da vorne. Gute Aktion auf jeden Fall. Müsst mal wieder vorne einen. Irgendwo? Du siehst der Schiff direkt vor uns. Ja, ich greife auch eigentlich an, aber irgendwie. Vorhin am Geschütze hat jemand. Wir brauchen mehr Leute am Geschütze. Jetzt kommt der Drachil wieder hoch. Natürlich kommt der Drachil. Ja, den kriegst du. So, jetzt kommt der Drachil. Achtung und. Feuer. Ja, und der geht direkt an mir vorbei. Wir sind da auf der anderen Seite. Da ist Banana. Da ist der Lukas. Der lädt immer relativ lang nah an. Jetzt das Feuer. Jetzt das Feuer. Jawoll. Du bist ein bisschen ruhig. Ich komme nicht mehr ran. Nimm mal das linke Geschütz. Einmal Rösten bedrohen. Da ist jemand dran. Da ist der andere dran. Jawoll. So geht das. Ich werde euch einfach nur noch rammen. Ich werde einfach jetzt jeden rammen. Ram, ram. Wer ist eigentlich in welchem Team? Lukas ist beim Drachenburschen und Candy? Auch. Mein Gott. Wir sind ja die besten Piloten auf einer Seite. Ja, so ist das, ne? Es wird heiß von vorne. Wo sind denn alle Gegner hin? Full power ahead. Wo sind denn die Gegner, genau? Oh, ich hätte nicht rausspringen sollen. Ich will jemanden rammen. Ma, ich bin zu lange gewinnt. Ma. Da oben ist ein Gegner. Ich hoffe, die oben ist ein Gegner. Banana? Ich sehe Banana. Ich sehe Goldenfly. Goldfisch bin ich. Okay, dann alle auf Goldfisch. Ah, da ist das. Ne, das ist ein Teammitglied. Ah, da ist Drachen Odem. Da ist Drachen Odem. Drachen Odem. Du bist des Todes. Ich denke nicht. Ja, volle Breitseite. Schönes Ding gleich zu Beginn. Ich brenne zwar schon, aber sonst geht gar nicht. Und den Flammenwerfer gleich damit er noch rein. Ja. So macht das der Captain hier. Captain, mein Captain. Ich glaube, einen Abschluss müssen wir noch machen. Wir brennen. Und ich kann nichts dagegen tun. Ja, der Drachen Odem. Leidet. Oh, Bill, get out the way. Get out the way. Ah, jetzt greifen sie von zwei Seiten an. Aber wir haben den Flammenwerfer. Mein Gott, was für ein verkacktes Spiel, ey. Aber man zeigt uns ganz gut das Spiel eigentlich. Friss meine Breitseite. Was? Jeder gegen jeden. Oh, verdammt. Ein Spielmodus, der hier nicht möglich ist. Ja. Vor allem nicht, wenn die Hälfte, oder zumindest einer von sechs, erst nach einer halben Stunde reinkommt. Das Witzige ist eigentlich, dass wir sogar zu siebt spielen und keine Mitspieler gefunden haben. Also wir sind eigentlich sogar schon relativ viele. Also wir haben zwei Schiffe schon voll gemacht. Full power ahead. Drachen Odem rammen. Wobei wir auf dieser Karte 24 haben könnten. Verdammt. Verdammt, nein, der Drachen Odem fährt vorbei. Ja, Drachen Odem, jetzt kommt das Feuer. Absteigen. Feuer auf ihn. Jawohl, jetzt ist der Flammenwerfer, jetzt ist der Flammenwerfer. Ich lösse mich da jetzt einfach mal rein. Meine KI steht nur umher. Ja, ich habe dich auch getroffen. Ich merke es, ich merke es. Zu meinem Leidwesen. Ich kann ja auch schießen, ich bin ja nicht schlecht. Der Big Rösti wieder hier. Big Rösti, hm. Deswegen heißt er. Ich mag Big Rösti nicht. Nicht, schade. Hui. Mal das vordere Geschütze mal wieder aktivieren. Könnte auch mal wieder jemand drangehen. Genau, der Garner geht schon dran. Sehr schön, einmal voll reinschießen. Ich habe keine Ruder. Hier geht alles kaputt. Ich habe keine Ruder. Jetzt verstehe ich, warum ich nicht lenken kann. Das ergibt Sinn, ja? Das ist natürlich ein gewisses Problem. So, ohne Ruder. So, ich bin Freiwild. Wollt ihr mich jetzt... Ruderlos durch die Nacht. Bis der Len vom Himmel kracht. Hallo, Banana. Oh, bitte. Banana, siehst du mich springen? Die sind über mir irgendwo. Ne, Banana. Ja, schau durch dein Fernrohr. Ich sitze hinten drauf. Ich sitze hinten drauf. Ganz hinten. Ich sehe dich. Andere Sorgen. Wieso? Wieso das denn? Ihr habt doch schon gewonnen. Naja, noch haben wir nicht gewonnen. Ein Abschuss fehlt uns noch. Ja, wir retten uns hier nur so. Skana, jetzt einmal volle Kraft von vorne. Schießen sollst du. Jawohl. Die Rände von der Markierung beim Drachen-Odem sind ganz schön... Wir sind gleich tot. Und jetzt nochmal Feuer. Wir sind drachen-Odem sind ganz schön ungünstig. Feuer. Ja, voll. Das sah nämlich gerade aus wie Drachen-Odem. Das wollen wir ja nicht. Drachen-Odem hat den Abschuss gemacht. Oh, hier sind mehr. Ja, ähm, wie man gekillt werden muss, weil man auch mehr Schiffe hatte und so. Hm. Ich spring von meinem Schiff. Oh nein! Nein! Alle fünf sind es nicht, wie man sieht. Ja. Ich stehe hier in der Luft rum. Ich stehe hier in der Luft rum. Wollt ihr mich mal killen kommen? Wahrscheinlich zehn, oder? Ich habe nichts dagegen. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Das hat mir keinen Spaß, wenn du es einem so anbieten. Was jetzt? Der El Cubino, der gerade geredet hat. Ich habe kein Wort verstanden. Ich bin nicht über das, er geredet hat. Okay. Killed me. Irgendwo hier sind Gegner. Killed me. Killed me. Please. Vorne sind irgendwo Gegner. Jedenfalls ballert mein KI da vorne hin. Ich habe gerade irgendwas gehört. Wahrscheinlich in deinem Team. Deswegen hören wir ihn nicht. Nee, ich höre ihn auch nicht. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, Nazra ist auch auf meinem Team. Ja, ich habe ihn gerade gehört. Vielleicht ist es auf deinem Schiff? Vielleicht ist es auf deinem Schiff? Nee, nee, auch nicht. Das, ja, Nazra ist auch auf meinem Schiff. Es gibt zwei unterschiedliche Voice Chats. Den Evenro Voice Chat. Einer ist für das eigene Schiff und einer ist für das Team. Und einer ist für den Evenro. Und markiert davon ist gar nichts. Jungs, ich stehe hier rum als Freiwild. Keiner will mich killen. Ich fahre ja keinen Zentimeter. Einstürzen. Ich kann nicht. Damit das jeder sein Ende hat. Ich kann nicht fahren. Ich habe keinen Lug. Dann markiert deine AI nichts oder was geht hier ab? Fahren. Ah, ich kann wieder rudern. Ah. Bums. Voller Rache. Schön. Alle stoßen irgendwie ineinander. Mhh. Alle stoßen ineinander. So macht der Spielmodus viel mehr Spaß. Hör halt auf mit deinem blöden Feuer. Komm wie ein Mann auf Nahkampf ran. Junge, das heißt Drachen-Odi. Odem. Ödem. Drachen-Odem. Ja, Drachen-Odem. Weil die heißen höchstens Drache Hüsteln. Du Sau. Die quetschte Eidechse heißt das. Die quetschte Eidechse. Noch lachen sie, noch lachen sie. Banana, ich komme. Ich lache auch noch, wenn wir runtergehen. Oh, ich sehe den Drachen-Odem. Yohoho, ne Buddel rum. Ne Buddel. So, wir holen uns jetzt den. Vlies irgendetwas, hat er gesagt. Ja, das habe ich auch verstanden mit Vlies, aber mehr nicht. Also, es ist doch nicht nur in meinem Kopf. Es ist nur in deinem Kopf. Nein. It's all in your hand. Drachen-Odem, magst du herkommen? Ich schieße gerade auf den vor mir. Boah, schön. Und man kann übrigens in den Rauch reinfahren. Ja, hier schon. Ja, hier schon, aber nicht in dem anderen, weil das da Sand ist. Ja, das ist ja lächerlich. Ja, das ist mein Spruch. Muss man wissen. Oh, Drachen-Odem, der stürzt ab, kann das sein? Nee, das ist eine Lüge. Jojojojo. Das ist eine Lüge. Sieh mal, wie er untergeht. Geronimo! Oh, da war noch ein Schiff. Boom. So, Flammenwerfer. Wo ist Banana? Wo ist Banana? Wenn wir untergehen, dann nehmen wir noch welche mit. Wenn wir schon verlieren, dann treten wir in den Rasen kaputt. Genau so. Beziehungsweise auch. Dann zünden wir wenigstens ihr Schiff an. Ja. Boah, ich sinke, aber ich bin noch nicht tot. Das liebe Detonung liegt auf noch, ne? Ja. Da ist Banana. Und Ebenrow schießt auch noch mit der Bananen-Kanone. Die Bananen-Kanone vom Ebenrow. Ich will Banana rammen. Ich will Banana rammen. Das Erbsengewehr. Ja, mit dem anderen kommst du ja nicht ran an das Schiff da. Oh, ich ramme jetzt Banana. Jawoll. Jawoll. Nein. Oh mein Gott. Das war das knapp. Dafür gehst du unter. Mit wem redest du? Mit wem redest du? Ist das Gegner? Nee, die sind brav. Die rammen sich gegenseitig. Und ich komm mit ner harten Linkskurve rein und ramme. Gar, gar nicht. Weder den Schadenurschen noch den Bananen. Feuer. Feuer. Geh da hin und mach Feuer, Mann. Bananen stirbt. Jawoll, jetzt Feuer. Feuer? Mir juckt das Knie. Irgendwie den hab ich gerade richtig angefeuert. Richtig gut. Ja, mich. Gut. Aber es macht mir gar nichts. Schade. Meine Güte. Krieg am Bananen vorbei. Hallo, Bananen. Also, ihr müsst euch eigentlich vorstellen, dieses Spiel ist voll spannend. Das Spiel ist spannend. Da treten voll besetzte Crews gegeneinander an und müssen sich dann gegenseitig die Schiffe kaputt schießen. So, Bananen bleibt mal stehen. Und sich dann selbst wieder hochheilen. Das ist eigentlich total interessant. Jawoll. Ist ja immer so ein Mist hier. Ja gut, wenn man Leute findet, das ist das Problem. Stirbt Bananen. Ja, es sind halt, ich glaub, global nur noch etwas über 100 Spieler, die das gerade aktuell spielen. Ja, es ist halt ein bisschen weh. Und das ist halt fürs Matchmaking überhaupt nicht gut. Auf jeden Fall super optimal. Das sind die Gegner. Wollt ihr mich mal killen, Mensch? Ich stehe hier offen wie ein Stück... Kies. Stück Kiesweg. Ja, das hat unser Lehrer immer gesagt. Der Taschenrechner ist dumm wie ein Stück Kiesweg. Ja, toll. Von Weitem schaut das aber auch geil aus. Ich kann den Drachenödem nicht mehr anwiesen. Alter, ich lieg hier wie ein totes Lamm und ihr braucht mich nur noch zu schlachten. Und ihr geht einfach nicht auf mich. Ein totes Lamm muss man nicht mehr schlachten. Das ist langweilig. Killt mich endlich. Killt mich. Nein. Spring doch einfach. Lentspringen. Ja, aber dann ist es doch nicht kaputt, oder? Dann kriegt ihr doch keinen Punkt. Schade. Ich weiß nicht, dass dieser Elfobino labert. Er sagt irgendwas und ich verstehe es nicht. Übrigens, Evenrow, das Gewehr, das du hast, wirkt hauptsächlich gegen Maschinen und sowas. Achhi. Du nimmst gerade den Ballon auseinander. Ja, ich bin gleich kaputt. Ich werde von zwei Seiten angegriffen. Oh, du machst du schon ganz gut. Guck dir das an, ich bin Willi, ich greif mich an. Oh, Mann. Lenn, ich kann so nicht halten. Oh, wie er sich anbietet. Wer ist eigentlich Ginger Vampire? Das ist eine gute Frage. Der Lenn, eigentlich der Lenn. Ich glaube, dass da drüben ist übrigens Candyman, mit dem wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen. Die haben gerade gegenseitig auf euch geschossen. Ich kann ihn nicht anvisieren. Wieso kann ich ihn nicht anvisieren? Ach, ne, mal. Ich glaube, uns geht es gar nicht so gut. Ja, ich werde auch gerade abgeschossen. Es scheint ein bisschen zu sinken. Ja, da ist es mal wieder vorbei mit mir. Leider. Wir haben einen Punkt. Was habt ihr? Jungs, das macht ihr? Die haben zu zweit auf mich geschossen. Ich hatte keine Chance. Ja, das ist der Candy. Die Dragonfly ist der Candy. Moment. Die haben zu zweit auf dich geschossen. Wie soll das denn gehen, wenn ihr die ganze Zeit mit Candy hier beschäftigt sind? Ja, ja. Und Len die ganze Zeit in der Ecke rumsteht. Ihr könnt euch gerne das Video anschauen. Es sind zwei Flieger von mir. Ich versuche, ich komme zu dir hin, damit du mich abballern kannst. Damit du mich tötest. Ja, da war noch ein anderer mit dabei. Das kann ich. Also dann muss das die KI gemacht haben, weil ich schieße sie nur auf Candy. Ja, dann war das die KI. Jetzt haben wir schon zwei Punkte. Was ist das für ein Schmarrn? Nicht schlecht, Ebenro. Nicht schlecht. Klappt die gerade zu uns. Oder? Beide. Da unten ist noch eine Banane. Ich glaube beide, ja. Dann haben wir jetzt wieder ein neues... Oder? Jetzt holen sie auf. Game Changer. Game Changer. Wir sind wieder drei Schiffe. Game Changer. Das müssen wir verhindern, dass sie gewinnen. So, Leute, jetzt... Ich arbeite hart dran. Jetzt gibt's Party. Banana geht unter. Banana geht unter. Jetzt geht's fail an den Kragen. Den habe ich schon mal versenkt. Ich habe ihn wieder. Oh, Banana. Ich treffe Banana einfach raus. Ich treffe Banana gerade die ganze Zeit. Irgendwer schießt das schon wieder auf mich. Stirb, Banana. Stirb, Banana. Geh unter, Banana. Oh, unsere Rotoren sind kaputt. Aber mir geht auch los kaputt. Oder? Nein, nicht der obere, die untere nur. Jetzt nochmal eine volle Breitseite von hinten. Oh ja, Banana, stirb. Da will wieder jemand nicht von unserem Hintern ablassen. Nee, ich kann einfach nicht anders. Er bietet sich einfach so an. Ja. Vielen Dank.